Ich träume auch noch davon, dass er vielleicht irgendwann mal in Magdeburg mit mir zusammenspielt. Ich bin Matthias Musche, bin 28 Jahre alt und spiele beim SC Magdeburg auf Linksaußen. Und heute präsentiere ich meine Top 7. Im Tor habe ich mich entschieden für Dario Quenstedt, ein ehemaliger Mitspieler von mir beim SCM und einer meiner besten Freunde. Deshalb fiel mir das eigentlich leicht, da ich mich heute entschlossen habe, keinen aus meiner aktuellen Mannschaft zu nehmen. Weil ich genau weiß, was das für Sprüche in der Kabine gibt. Und dann fiel die Wahl leicht für Dario. Linksaußen habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Ich habe mich für Lars Christiansen entschieden. Das war wirklich über Jahre ein Traum, ihm zuzugucken. Und sicher vom 7-Meter-Punkt, sehr sicher von Linksaußen im Abschluss, variantenreich. Also das war schon schön anzusehen. Rückraum links habe ich mich entschieden für Blazenko Latzkowitsch. Und guter Spieler, sehr athletisch. Hat da auch eine Ära geprägt, finde ich. Eine Zeit lang war er da sehr, sehr dominant. Fand ich vom Spielstil sehr, sehr cool. Und meiner Meinung nach nicht ganz so typisch. Nicht so ein typischer Steineschmeißer. Der war gut. Rückraum Mitte, Ivano Balic. Ich darf ja nur Spieler nehmen, die mal in der Bundesliga gespielt haben. Und jetzt bin ich ganz froh, dass Ivano mal kurz bei Wetzlar war. Weil ich war ein großer Fan von ihm. Das war einfach unberechenbar, was er da auf dem Feld machte. Und ja, gute Würfe, gute Anspiele. Also der konnte eigentlich alles. Das war wirklich ein sehr, sehr spielintelligenter Handballer. Und ja, Vorbild für mich gewesen, obwohl es nicht meine Position war. Aber fand ich immer cool, wie er gespielt hat. Und deshalb bin ich froh, Ivano Balic auf Mitte nehmen zu können. Rückraum rechts habe ich mich für Fabian wieder entschieden. Das ist auch ein guter Freund von mir. Wir haben schon zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Und ja, wenn man mit Fabi zusammenspielt, dann ist das als Mitspieler wirklich cool. Weil wenn du frei bist, kannst du davon ausgehen, dann kriegst du von ihm auch den Ball. Also er weiß zu jeder Zeit und Stunde, wo er den Ball hinspielen muss, sieht jeden freien Mitspieler. Hat ein gutes Eins gegen Eins, kann Abwehr spielen, kann selber Torgefahr ausstrahlen. Also gibt nichts, was der Junge nicht kann. Deshalb ist er in meiner Traum-Sieben ganz verdient. Und ich träume auch noch davon, dass er vielleicht irgendwann mal in Magdeburg mit mir zusammenspielt. Rechts außen Christian Sprenger. Der jetzige Co-Trainer vom THW Kiel hat damals beim SCM gespielt, als ich, ja, also ich war ein ganz junger Jugendspieler und mit 14, 15 habe ich mal vor dem Training ein 4-Meter-Werfen mit ihm gemacht. Und er hat, glaube ich, 10 oder 12 Mal den gleichen Wurf gemacht. Und ich konnte ihn nie halten, obwohl ich genau wusste, was kommt. Und das war der Moment, wo er dann so ein bisschen auch mein Vorbild war. Emotional auf dem Feld hier beim SCM, das mochten die Leute, ich auch. Und auch ein super Rechtsaußen einfach. Also Rechtsaußen Christian Sprenger. Mein Kreisläufer ist mir als allererstes eingefallen. Der muss dabei sein. Wartos Schiwetzki, absolute Handball-Legende. In Magdeburg eine Legende. War über Jahre für mich der absolut beste Kreisläufer der Welt. Also, den konntest du nicht bewegen aus der Sperre raus. Der stand da festgewurzelt wie ein Baum. Absolut eindrucksvoll. Und dazu noch sicher im Abschluss. Aber was das Allerwichtigste ist, der war in der Kabine oder in der Freizeit wie in einem Papa. Der war einfach so lieb und hilfsbereit. Ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Und deshalb war Bartos Schiwetzki ohne Wenn und Aber mit meilenweitem Abstand am Kreis in meiner Traum sind.